Wir Deutschen sind ja nicht unbedingt die kompetentesten, wenn es darum geht, irgendwelchen Sachen coole Namen zu geben. Ich meine alleine, wenn wir uns schon Filme angucken, dann werden die manchmal echt ziemlich wack übersetzt. Allerdings ist das bei Pokémon-Attacken nicht immer der Fall. Es gibt nämlich in der Tat sehr viele Pokémon-Attacken, die meiner Meinung nach im Deutschen einfach einen viel cooleren Namen als im Englischen oder teils sogar im Japanischen haben. Und damit meine ich nicht mal Attacken, die so auf beiden Weißen einfach sehr, sehr cool klingen. Ich meine, eine Attacke, die ich schon häufiger in meinen Videos erwähnt habe, war einfach himmelsfähiger, weil himmelsfähiger ist eine coole Attacke. Die richtige Übersetzung aus dem Japanischen ist einfach Göttervogel, also das ist halt einfach ein wunderschöner Name für so eine Attacke. Nein, es gibt tatsächlich Attacken, die klingen im Deutschen wirklich viel besser. Da hätten wir zum Beispiel einmal die Attacke Geofissur. Geofissur ist eine One-It-Ko-Attacke, was bedeutet, wenn sie trifft, dann ist das gegnerische Pokémon down. Komme, was da wolle. Und ihr denkt euch jetzt vielleicht, Geofissur klingt schon cool, aber das wird doch voll den sexy Namen im japanischen Namen oder auch im Englischen. Das Ding ist, der englische Name Fischer ist halt einfach nur eine Übersetzung für Spalt. Meine Yu-Gi-Oh-Freunde und euch werden es noch kennen, ist eine Oldschool-Karte, immer noch ein Classic. Und das Ding ist tatsächlich auch der japanische Name, der so viel bedeutet wie Jivare. Ich kann kein Japanisch, es tut mir leid, wenn ich das voll falsch ausgesprochen habe. Heißt aber auch so viel übersetzt wie Risse im Boden. Und auch wenn das natürlich das Gleiche ist, ich muss halt wirklich sagen, Geofissur klingt halt cooler als Spalt. Wie gesagt, ich möchte nichts gegen die Yu-Gi-Oh-Karte Spalt sagen, aber wenn ich die Wahl hätte, was Cooles wie Geofissur zu nennen oder ihm halt einfach nur den Namen Spalt zu geben, dann tendiere ich halt schon eher zur Geofissur. Eine weitere Attacke, die meiner Meinung nach im Deutschen einfach so viel cooler klingt und wo ich immer noch sagen muss, ich war überrascht, als ich damals erfahren habe, dass es die Attacke tatsächlich schon in Generation 1 gibt, ist Kaskade. Denn Fun Fact an der Stelle, Kaskade war tatsächlich in Generation 1 die Signature-Attacke von Golking. Ja, Kaskade gab es schon in Generation 1. Hatte noch nicht den Effekt, dass es das gegnerische Pokémon zurückschrecken lassen kann, aber gab es in Generation 1. Und falls ihr wissen wollt, was eine Kaskade ist, das ist quasi so ein künstlich angelegter Wasserfall. Und das ist tatsächlich auch der englische Name, also Wasserfall. Das Ding heißt im Englischen einfach Waterfall. Und natürlich ergibt das Sinn, weil man die Attacke halt unter anderem benutzt, um einen Wasserfall hochzukommen. Das Ding ist aber, ich finde es irgendwie ein bisschen schwach, eine Attacke nur so einfach zu benennen. Da finde ich, klingt Kaskade schon ein bisschen cooler. So, es klingt halt irgendwie nicht cool, so weil, ja, du setzt doch Wasserfall nicht an einem Wasserfall ein. Das klingt nicht so cool. Falls ihr versteht, was ich sagen möchte. Da klingt es doch schon cooler, wenn man sagen kann, setz Kaskade ein. Vielleicht bin ich da allein, aber ich finde einfach, Kaskade klingt einfach so viel cooler als Waterfall. Der japanische Name hier ist übrigens Takinobori, was halt auch einfach so viel übersetzt bedeutet wie Wasserfall. Dann bleibe ich bei meiner Kaskade. Was im Deutschen auch tatsächlich nicht häufig vorkommt, ist, dass die deutsche Übersetzung tatsächlich brutaler klingt als die englische. Denn wir sind, was das Zensieren angeht, glaube ich, so relativ ein guter Vorreiter. Wir zensieren in Deutschland schon sehr, sehr viel. Und ich verstehe es bei manchen Attacken definitiv, dass man die nicht unbedingt so brutal klingen lassen möchte. Es gibt allerdings die Attacke Überflutung. Es ist einfach eine Attacke, die den Typen des gegnerischen Pokémon zu Wasser macht. Das heißt, egal ob du jetzt Glurak bist oder Pikachu, nach Überflutung hast du den Wassertypen. Der englische Name der Attacke ist Soak, was halt übersetzt so viel bedeutet wie Einweichen. Und ich meine, ich kann es ja ein bisschen nachvollziehen, weil man quasi so, keine Ahnung, das gegnerische Pokémon einweicht, wodurch es zum Wassertypen wird. Aber Einweichen als Attacke klingt irgendwie ein bisschen harmlos. Das hat was von mit einem Schwamm bewerfen und das finde ich irgendwie nicht so bedrohlich. Überflutung wiederum klingt halt echt ein bisschen brutal. Und ich muss auch sagen, das passt meiner Meinung nach so ein bisschen besser. Denn wenn etwas überflutet wird, zum Beispiel Land, ist an dieser Stelle halt kein Land mehr, sondern dann ist das jetzt Wasser. Ich meine, es gibt genug Naturkatastrophen, wo es passiert ist, dass halt viele Gebiete überschwemmt wurden und da halt einfach Wasser war. Und das klingt halt schon ein bisschen brutal. Und ich will das natürlich gar nicht gut heißen, alles Gute. Aber ich muss halt trotzdem sagen, klingt Überflutung doch ein bisschen cooler als Einweichen. Ich mag es persönlich, wenn Attacken einfach so klingen, als wäre das jetzt das Ende. Eine Attacke, die potenziell irgendwas besiegen kann, die muss halt schon einen epischen Namen haben. Der englische Name der nächsten Attacke ist Fellstinger, was so viel bedeutet wie so niederstreckender Stachel. Und ja, das klingt ja an sich ganz cool, aber come on, Stachelfinale. Da ist das Wort Finale literally im Namen drin. Mit Stachelfinale willst du ein Pokémon beenden. Also nicht den Kampf, das Pokémon. Das zeigt sich auch an der Fähigkeit, denn wenn man mit Stachelfinale ein gegnerisches Pokémon besiegt, bekommt man einfach ein Plus 3 im Angriffswert. Und das ist gerade bei so einem Pokémon wie Bibor, gerade Mega Bibor, schon sehr, sehr cool. Und niederstreckender Stachel klingt ja in der Übersetzung an sich ganz cool. Ist natürlich im Deutschen ein bisschen zu lang, aber Stachelfinale klingt halt noch ein Stückchen epischer. Ich habe auch nie ganz so verstanden, warum Explosion stärker ist als Finale. Denn das waren zwei Attacke, die es natürlich schon in der ersten Generation gab. Und Finale klingt halt wie das Finale, aber Explosion war stärker. Hätte man die Namen nicht einfach tauschen können und Explosion kann man überleben, aber Finale klingt halt so, dass das Ende. Pokémon-Namen, die tatsächlich vom Englischen nicht unbedingt übersetzt werden, kommen im Deutschen ja oftmals gar nicht so gut an. So gibt es zum Beispiel die Attacke Bodypress, die im Deutschen halt auch einfach Bodypress heißt. Und das Ganze hat ja schon mit Flying Press, der Signature-Attacke damals von Ressladero angefangen. Dass halt einfach englische Namen einfach so straight genommen wurden und die auch einfach so im Deutschen verwendet wurden. Aber wisst ihr, was der richtige OG-Play ist, den wir Deutschen einfach machen können? Wir umgehen einfach die englische Übersetzung und nehmen uns einfach was ganz anderes daher. Denn der englische Name von der nächsten Attacke ist Light of Ruin. Das klingt ja an sich vielleicht ganz episch, aber wisst ihr, was wirklich episch klingt? Wenn man einfach zwei lateinische Wörter aneinander hängt und damit den Attackennamen macht und der klingt halt einfach Lux Calaminatis? Ich möchte nichts mit der Attacke zu tun haben, wenn die mich treffen sollte. Lux Calaminatis klingt halt einfach super episch. Und falls ihr die Attacke nicht kennt, liegt das daran, dass das die Signature-Attacke ist von einem Pokémon, welches niemals released wurde. Es ist nämlich die Signature-Attacke von Azed Fluid. Und es ist eine Schande, dass wir das bis heute nie bekommen haben. Ich möchte einfach Azed Fluid haben. Lux Calaminatis ist quasi eine Rückstoß-Attacke mit, ich glaube, 140 Stärke. Also das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig starke Feen-Attacke, die halt Rückstoß-Schaden gibt. Aber Lux Calaminatis, was im Deutschen übersetzt so viel heißt wie Lichtschaden oder Schaden, den Licht anrichtet so ein bisschen, das klingt super nice. Okay, die nächste Attacke ist so ein bisschen eher eine Präferenz, wo ich tatsächlich sagen muss, ich finde das klingt im Deutschen einfach ein bisschen cooler, weil da ist nochmal ein Fremdwort drin und ich mag das persönlich. Wir hatten nämlich einmal die Signature-Attacke von Magierna und das ist tatsächlich das Kanonen-Bouquet. Der englische Name ist nämlich Fleur Cannon, was halt Blumenkanone heißt. Lillimon lässt grüßen. Und versteht mich nicht falsch, Blumenkanone ist an sich echt ein cooler Name für eine Attacke, so jetzt mal wirklich. Ich hätte nicht unbedingt erwartet, dass das eine Feen-Attacke ist. Ich hätte bei Blumenkanone halt wirklich eher dran gedacht, dass es eventuell eine Pflanzen-Attacke ist, weil Blumen, aber Kanonen-Bouquet klingt halt auch cool. Und vor allem ein Bouquet ist ja so ein bisschen so diese Art Blumenstrauß-mäßig. Und Magierna ist ja auch dafür bekannt, dass er so diesen Blumenstrauß aus seiner Hand rausholen kann. Das heißt, Kanonen-Bouquet ergibt ja sogar Sinn. Und hands down, es klingt halt cooler als Blumenkanone. Der englische Name von Phalings Signature-Attacke ergibt tatsächlich ziemlich viel Sinn, denn der englische Name ist No Retreat, was dafür bedeutet wie, ja, kein Rückzug. Das ergibt Sinn bei der Attacke, denn diese Attacke ist ein Omniboost, was bedeutet, sie boostet jeden Statuswert des Pokémons um eine Stufe. Der Nachteil daran ist, das kann man nur einmal machen und das Pokémon kann dann nicht mehr auswechseln. Ich habe es vorher schon ein bisschen bei Stachelfinale angesprochen, aber ich mag eventuell Attacken, wo Finale im Wort mit drin ist. Und der deutsche Name von No Retreat ist Final-Formation. Und das hat halt wieder sowas Episches so, man bereitet sich jetzt vor für den letzten Kampf und entweder gewinnt man oder verliert man. Und genau das ist die Attacke. Klar, No Retreat ergibt super viel Sinn, eben man kann nicht mehr zurückziehen, weil man die Attacke eingesetzt hat und dementsprechend halt einfach legit nicht mehr aus dem Kampf raus kann. Aber Final-Formation, das ist so eine sexy Attacke. Die letzte Attacke ist tatsächlich eine relativ neue Attacke, denn erstmal wieder der englische Name davon ist Camappens. Was so viel bedeutet wie sein Teil bekommen. Und eventuell weiß der ein oder andere tatsächlich, der eventuell so ein paar italienische Mafia-Filme gesehen hat schon, was da eventuell kommen könnte. Denn der deutsche Name, und ich weiß nicht, warum man den im Englischen nicht genommen hat, ist Vendetta. Ich kann kein Italienisch. Ich habe absolut keine Verbindung irgendwie nach Italien. Aber der Name Vendetta für eine Attacke, die so viel bedeutet, wie man bekommt seinen Teil, das ist halt schon cool. Ich meine, nicht nur das Camappens, okay, come on, das klingt halt echt ein bisschen vague, so Camappens, das klingt wie die Muppets. Du hast einfach die Chance, deine Attacke Vendetta zu nennen und nutzt es nicht da, meiner Meinung nach, die Amerikaner, bei der Übersetzung echt ein bisschen verkackt. Das Vendetta wäre der perfekte Name gewesen und ich bin so froh, dass die deutsche Übersetzung tatsächlich Vendetta als Name genommen hat und hat damit einmal wieder beschrieben. Dass tatsächlich die deutsche Übersetzung gar nicht mal immer so schlecht ist, sondern dass wir tatsächlich auch echt ein paar Goldstücke haben, wenn es darum geht, Attackennamen ins Deutsche zu übersetzen.